Ja, grüß Gott. Wir haben uns voriges Jahr entschlossen, dass wir uns einen neuen Zaun leisten und nachdem das Streichen und so, das natürlich nicht mehr so das unsere war, haben wir uns eben entschlossen, dass wir uns einen Aluzaun zulegen wollen und nach mehreren verschiedenen Angeboten sind wir auch zur Firma Limes in Lietzen gefahren und haben uns dort beraten lassen. Und dort sind wir schnell zu der Überzeugung gekommen, dass wir die richtige Firma finden und haben uns dann im Herbst noch auf Anraten von Herrn Blamenig die Zaunsäulen montiert, um damit gleich das Naturmaß zu bekommen, um im Winter die Zaunfelder produzieren zu können. Ja, und im Frühjahr war es nach der Schneeschmelze, hat es dann perfekt funktioniert. Die Firma Limes ist dann gleich angefahren und hat die Zaunfelder montiert, ist alles ruckzuck über die Bühne gegangen und so sind wir sehr froh und glücklich jetzt einen schönen Zaun zu haben und wir können die Firma nur bestens weiterempfehlen. Danke!